Ich hatte euch ein Video versprochen zum Colorlack Hygienereiniger und ich habe hier noch die passenden Tücher dazu geordert und die beiden Sachen schauen wir uns heute mal an, wie funktionieren die hier in der Anwendung und auf was sollte man achten, für was ist das überhaupt geeignet und jetzt die wichtigste Frage, warum gibt es diese Produkte überhaupt und dazu bekommt jetzt alle Infos von mir nach dem Intro. Viel Spaß! Zu diesen Produkten hier gibt es eine nette Vorgeschichte und zwar habe ich mal bei Colorlack gefragt, wie sie denn hier auf diese Produkte gekommen sind und zwar folgendermaßen und zwar hat Colorlack hier im Kundenstamm auch einen Zahnarzt mit dabei, schon seit vielen vielen Jahren und er hatte gefragt, ob Colorlack vielleicht ihm ein Produkt zur Verfügung stellen kann oder anbieten kann, womit er den Zahnarztstuhl sozusagen immer nach jedem Patientenhygienereiniger hat. Das heißt abwischen oder hier mit dem Spray behandeln, mit dem Hygienereiniger, um einfach da eine gewisse Hygiene und Sauberkeit immer für jeden frischen Patienten auch an den Tag zu legen. Deswegen ist im Prinzip dieser Reiniger entstanden, das heißt der ist nicht vorrangig nur für den Auto in den Raum gedacht, sondern ihr findet auch hier vorne nochmal verschiedene Anwendungsfelder, zum Beispiel selbst die Handtasche jetzt zur aktuellen Zeit, Kleidungsstücke, auch Möbelstücke und das Fahrzeug ist hier vorne auch noch mit drauf und dasselbe gilt auch hier noch für die Vibes, sogar hier für Schuhe. Also alles was mit Leder zu tun hat und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn aktuell, ja Corona lässt grüßen, aktuell die Lage ist ja noch relativ heikel und da suchen einfach viele eine Möglichkeit, wie sich ihre Oberflächen vielleicht auch mal reinigen können, wenn vielleicht mal jemand anderes gefahren ist oder man tauscht Fahrer oder was auch immer. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr nach jeder Fahrt, wenn ihr nur selbst mit dem Auto unterwegs seid, ständig den Innenraum desinfizieren sollt, darum geht es nicht. Und die Produkte sind wie gesagt nicht nur fürs Auto gedacht, aber sie sind halt auch für uns in Autopflege auf jeden Fall nutzbar und nicht nur was Autopflege angeht, sondern auch in der Zeit vielleicht als zusätzlicher Helfer auch im Haushalt. Der normale Hygienereiniger oder Desinfektionsmittel greifen so eine Lederoberfläche doch deutlich an. Man sollte da auf keinen Fall zu stark reiben und auch nicht zu viel Produkt nutzen. Das hier ist speziell darauf abgestimmt. Das hat auch hier noch zum Beispiel Milchsäure mit drin, um einfach den sauren pH-Wert zu schaffen, der sozusagen möglichst schonend auf dem Leder arbeitet. Weil viele wissen nicht, also neutrale Reiniger und alkalische Reiniger haben eigentlich nichts auf einem Leder zu suchen. Das muss immer leicht sauer sein und deswegen sind zum Beispiel hier diese Inhaltsstoffe auch mit drin. Das heißt, um das Leder möglichst schonend auch zu reinigen und damit auch zu desinfizieren. Und wie gesagt, halt nicht nur das Lenkrad. Aber wir schauen es uns mal am Auto an. Wie gesagt, ihr könnt das auf allen möglichen Lederoberflächen nutzen. Vor allem jetzt zu der Zeit ist das einfach eine schöne Sache. Dann schüttelt das hier auch nochmal durch. Ist ja hier praktisch in so einer kleinen Flasche drin. Die sind 150 Milliliter drin. Der kleine Kopf hier oben zerstäubt, der ist unheimlich stark. Deswegen auch Thema zerstäubt, nicht hier wild im Fahrzeug rumsprühen. Sondern wir wollen ja nur hier die Lederoberflächen reinigen. Und da könnt ihr hier einfach das super nutzen. Ich nehme hier ein kleines Viskosetuch. Ihr könnt auch ein ganz weiches Mikrofasertuch nehmen. Achtet einfach drauf, was möglichst schonend ist zu nutzen. Dann sprühen wir hier ein bisschen drauf. Da reichen wirklich ein paar Sprühe zu. Und dann könnt ihr hier einfach mal über diese Oberfläche drüber gehen. Und sozusagen dann, wenn es nötig ist, den Bereich einfach mal richtig positiv reinigen, desinfizieren. Und vor allem jetzt in der Zeit bietet sich das auf jeden Fall an. Ohne großen Druck einfach mal abreiben. Nochmal das Tuch drehen. Und ihr müsst hier nicht irgendwie reiben oder schrubben. Einfach nur kurz mal abwischen. Und dann ist das schon erledigt. Also das geht super, super einfach und super schnell. Geht einmal hier mit dem Tuch ohne Probleme oder, Kappe wieder drauf, kann man auch schön im Auto mitnehmen. Oder ihr nehmt hier die Wipes, die Wet Wipes. Hier sind insgesamt 120 Stück drin. Also das ist schon einiges. Auch hier ohne Farb und Bleichmittel effektiv für Leder- und Kunstlederoberflächen. Und es sorgt halt für hygienische Sauberkeit. Und wischen Sie mit dem Reinigungstuch über das verschmutzte Leder oder Kunstleder nicht zu stark reiben. Habe ich ja gerade gesagt. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Flecken, Color-Lack, Lederreinigungsbürste. Wenn es wirklich massiv ist. Aber hier zum Desinfizieren reicht das auch zu. Bevor ihr das zum ersten Mal nutzt, müsst ihr hier erstmal die große Kappe abmachen und den Beutel öffnen. Und dann zieht ihr euch das mittlere Tuch etwas nach oben. Und damit ist das sozusagen einsatzbereit. Weil nur so könnt ihr das dann immer perfekt nutzen. Das heißt, wenn ihr ein Tuch hier rauszieht, müsste dann sozusagen das zweite Tuch auch schon mitkommen. Funktioniert. Und auch hier diesen Leicht dann gedrängt. Jetzt könnt ihr sozusagen einfach diese Oberfläche einmal behandeln. Und das ist halt das Schöne. Ihr könnt auch hier auf den Kunststoff draufkommen. Ist ja kein Problem. Und das ist wirklich 100% auch dafür geeignet, um einfach mal diese Bereiche hygienisch zu reinigen. Ohne großen Druck. Und die Tücher eignen sich sehr schön dafür, weil die sind sehr klein. Und wenn ihr das dann so ein bisschen einwirken lasst, könnt ihr dann auch wieder ein Mikrofasertuch nehmen oder nochmal so ein Viskosituch und einfach mal den Bereich reinigen. Das ist vor allen Dingen auch sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel ein Auto an jemand anders weitergebt, weil ihr das verkauft oder weil ihr ein gebrauchtes Auto gekauft habt. Und das Schöne ist, ihr habt einen Reinigungseffekt und einen hygienischen Effekt, weil ihr das noch mit sozusagen desinfiziert habt. So einfach funktioniert das und ihr könnt das Tuch einfach auch mehrmals einsetzen. Hier ist genug Feuchtigkeit drin. Ihr könnt jetzt sozusagen das ganze Lenkrad machen und auch locker hier den ganzen Sitz damit. Ja und ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck geben hier von diesen beiden Produkten. Gibt es auch nochmal als Nachfüllpack in der 1 Liter Flasche. Aber ich denke, ihr werdet erstmal mit der kleinen Flasche durchaus eine ganze Weile hinkommen. Und auch mit diesen Tüchern, je nachdem welche Anwendungsbereiche ihr da seht und wie oft ihr das benötigt. Wie gesagt, nicht nur im Fahrzeug einsetzbar, sondern im gesamten Haushalt auf allen möglichen Lid- und Vinyloberflächen. Jetzt stellt euch aber eine Frage, oder? Sebastian, woher weißt du jetzt, dass das funktioniert hat? Woher weißt du jetzt, dass das hier, was du in den Händen hältst, wirklich Bakterien, Viren und alles, was dazugehört, wirklich abgetötet hat oder wenigstens massivst minimiert hat? Und dazu habe ich auch nochmal Colorlack bzw. hier das Ledo-Zentrum bzw. auch den Lars gefragt, ob ich da auch ihr Videomaterial mit bei mir einbauen kann. Teil davon, denn die haben so ein Testgerät, wo man genau das nachvollziehen kann. Und das blende ich euch jetzt nochmal hier auf Vollbild ein. Dann haben sie den Test gemacht vor dem Reinigen und sozusagen nach dem Reinigen-Desinfizieren mit einem speziellen Testgerät, mit diesem Hygienetest. Und das hat gezeigt, dass das echt sehr, sehr gut funktioniert. Konnte ich mir leider jetzt für den Test nicht extra hier noch kaufen. Ich denke mal, es ist nachvollziehbar, aber es zeigt deutlich, dass es auch funktioniert. Und damit haben wir auch den Punkt mit abgearbeitet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Fragen sind, gerne unten in die Kommentare rein. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.